Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Momentan traden wir bei ungefähr 20.800 US-Dollar, wenig Bewegung. Trotzdem wurden einige Positionen abgeholt. Welche das waren, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Dann schauen wir an, was ist für die neue Woche nochmal wichtig, welcher Weekly-Close oder Daily-Close sollten wir beachten. Und später kommt dann noch der Wochenausblick, den wir letzte Woche gestartet haben, kommt dann auch diese Woche. Der kommt dann irgendwann heute Nachmittag, denke ich, dann werde ich den dann hochladen. Und darauf könnt ihr euch dann auch freuen. Und ich würde sagen, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Einfach auch, um den Algo und mich damit zu unterstützen. So, und jetzt würde ich sagen, wir starten durch. Wie gesagt, 20.800 US-Dollar. Wir haben nochmal die Hochs abgegriffen, wie wir gestern darüber gesprochen haben. Wir waren bei ungefähr 21.000, knapp 100 US-Dollar. Order wurde bei mir bei 21.033 US-Dollar abgeholt. Also genau hier, dieses letzte Hoch hat er gestern abgefischt. Take-Profit 1 habe ich schon genommen. Take-Profit 2, habe ich ja gestern dazu gesagt, wäre bei ungefähr 20.300 US-Dollar. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns mal ganz kurz an. Einfach mal ganz kurz das FIP-Level dazunehmen. Ersten Take-Profit habe ich halt relativ früh schon beim 0.236er genommen. Beziehungsweise hier zwischen 0.236er und 0.382er. Einfach, um einfach schon mal ein bisschen Profite rauszunehmen, weil der Markt an sich immer noch sehr, sehr bullish aussieht. Beziehungsweise die Hochs immer wieder abgegriffen werden und immer wieder so ein neuer Push kommt. Den zweiten dann eben im Golden Pocket hier in dieser Region werde ich dann den zweiten Take-Profit nehmen. Sollten wir da überhaupt hinkommen. Und ansonsten, wie gesagt, es hängt jetzt alles hier an diesen 21.128 US-Dollar. Sollten wir hier drüber stoßen, kann es relativ flott, ich sage jetzt mal locker in den Bereich der 21.500, 21.600 US-Dollar gehen. Ich muss dazu sagen, mein Stop-Loss ist schon auf Entry gesetzt worden. Hat einfach den Aspekt, weil ich ja gerade schon dazu gesagt habe, wir versuchen immer wieder diese höheren Hochs zu fischen. Und wir haben aber trotzdem bereits eine Bearish Divergence und nicht nur eine leichte, sondern eine sehr, sehr starke Divergenz. Plus wir haben abfallendes Handelsvolumen, was auch noch dazu kommt. Wir bilden höhere Hochs immer wieder mit weniger Handelsvolumen. Aber trotzdem fischen wir uns immer diese Hochs. Und das ist eben der Aspekt, warum ich momentan noch eine Order hier oben habe in dem Bereich der 21.500, 21.600 US-Dollar. Einfach mittendrin in dieser Region, weil ich einfach damit rechnen muss. Wir schauen uns jetzt gleich noch Ethereum an, auf was wir da noch achten sollten, weil da wurde auch eine Order abgeholt. Aber da bin ich auch noch etwas kritisch. Was ist denn für die Woche im Endeffekt wichtig? Wir haben weiterhin hier eine schöne Widerstandszone. Also wichtig wären einerseits hier die, ich sage jetzt mal, 20.000 US-Dollar. Darüber sollten wir auf jeden Fall schließen. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist momentan einfach, dass wir über diesen letzten Hoch hier bei ungefähr 20.500 US-Dollar schließen. Wir haben CME-Gap, was bei ungefähr 20.600 US-Dollar liegt. Aber ein Weekly Close über diese 20.500 US-Dollar, also 481 sind es genau, wäre extrem bullish. Weil dann haben wir uns nicht nur wieder hier diese Hochs abgefischt, sondern wir haben ein höheres Hoch auf dem Weekly Time Frame, zumindest in den kleinerfristigen Trends, sage ich jetzt mal, gesetzt. Und dann könnten wir im Endeffekt in der nächsten Woche vielleicht sogar in Richtung 22.000 oder 23.000 US-Dollar hochlaufen. Die Chance besteht allemal. Natürlich sollten wir unter den 20.500 US-Dollar schließen. Sieht das Ganze nochmal kritischer aus und wir könnten wirklich nochmal diesen Rücksetzer hier unten in den Bereich der 17.500 US-Dollar bekommen. Aber jetzt erstmal abwarten, wie der Weekly Close im Endeffekt ist. Momentan sieht es gut aus. Volumen, klar, ist hier deutlich zurückhaltender. Aber ihr wisst ja, wir schauen beim Volumen eher momentan auf den Binance-Chart und da sieht das Volumen sehr, sehr stark aus. Auch nachdem wir hier diesen Ausbruch aus diesem kleinen Fonding-Redge geschafft haben. Sehr, sehr impulsiver Move nach oben, sowas möchten wir sehen. Auf Binance sieht das sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, weiterhin gilt unser Szenario mit dem Wyckoff-Pattern. Also wir befinden uns momentan in Phase B, was Luft hat bis ca. 24.000, 24.500 US-Dollar. Wie gesagt, das ist nur eine grobe Zeichnung. Steinigt mich jetzt da nicht, wenn es nicht genau so eintrifft. Aber das ist so eine Möglichkeit, die ich weiterhin sehe. 24.000, 24.500, dann nochmal runter die Spring-Phase und dann nächstes Jahr möglicherweise Start einer enormen Rallye. Gut, das war es zu Bitcoin, was es heute zu sagen gibt. Schauen wir uns Ethereum gleich mal noch dazu an. Auch hier befindet sich weiterhin der Trend zumindest einigermaßen intakt. Also ihr seht es hier ganz gut, der Trend ist intakt. Wir gucken uns aber auch nochmal ganz kurz den 1-Stunden-Timeframe an, weil da sieht man es nochmal ein bisschen besser, was ich eigentlich einzeichnen wollte. Wobei, sieht man nicht besser, ist im Endeffekt genauso. Also man sieht es hier ganz gut, Trend weiterhin intakt. Wir haben aber hier diese Bearish Divergence weiterhin vorliegen. Wir haben uns, wie gestern im Video angesprochen, den grünen Kasten hier oben geholt. Order war bei 1.655. Wir sind hoch auf bis zu 1.660, sage ich jetzt mal grob. Auf jeder Exchange war es ein bisschen anders. Hauptsache die Order wurde abgeholt. Auch hier bereits Take Profit 1 genommen. Bei ungefähr 1.615 US-Dollar. War jetzt nicht ganz das Tief, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Hauptsache Take Profit 1 erstmal waren ordentlich Profite erst einmal dabei. Trotzdem traue ich dem ganzen Braten noch nicht. Hat einfach den Aspekt, auch hier diese mega riesige Bearish Divergence, nicht nur auf einen 1-Stunden-Chart, sondern auch auf einen 4-Stunden-Chart und auf weiteren höheren Timeframes. Das Problem, was ich hier einfach noch sehe, auch hier wurde wieder relativ viel Volumen hier oben abgeholt, bei den 1.664 US-Dollar. Und wir haben auf jeden Fall noch Luft bis 1.670 US-Dollar. Das heißt, es könnte auch dieser letzte Move kommen, nochmal eben diese ganzen Orders hier oben abholen, nochmal in diese grüne Box. Die Ineffizienz, die hier drüben anfängt bei ungefähr 1.670, die zeichne ich mal hier ganz kurz ein, das ist dieser rote Balken, ist weiterhin inaktiv. Das heißt, die könnten wir uns auf jeden Fall noch holen und dann könnten wir im Endeffekt eine kleine Trendwende nach unten hin möglicherweise nächste Woche starten. Weil nur weil wir einen Bullish im Wiki-Close haben, heißt das nicht unbedingt, dass wir nicht nächste Woche nochmal dampen könnten und dann im Endeffekt trotzdem Ende der Woche, nächste Woche deutlich höher stehen könnten. Also das müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Die Short Order ist auf jeden Fall jetzt erst einmal aktiv, gut abgefischt, Take Profit 1 genommen und das läuft. Dann, kurzer Blick auf ICP. Internet Computer, haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Die Order weiterhin aktiv, ich glaube mit 35% im Plus. Habe jetzt aber erste Profite genommen. Einerseits, weil hier eben diese Ineffizienz liegt, sollten wir die brechen. Ohne Probleme geht es relativ flott in den Bereich der 5,78$. Das ist weiterhin das primäre Ziel. Volumen wurde hier jetzt erst einmal abgegrast auf dem 4-Stunden-Timeframe. Aber eine Bearish Divergence liegt hier momentan noch nicht vor. Deswegen, ich habe trotzdem mal Profite genommen. Stop-Loss ist momentan, sage ich mal, auf Einstieg. Aber ich werde wahrscheinlich, je nachdem wie die Reaktion ist, den einfach wieder rausnehmen und die Position einfach nach unten hin wieder vergrößern. Aber momentan ordentliches Plus hier, nachdem wir hier diese Bestätigung hatten aus diesem Falling-Match mit einem perfekten Retest. Nicht nur auf einen 4-Stunden-Timeframe, sondern auch auf einen Daily. Also Glückwunsch, wer das auch möglicherweise mitgenommen hat. Und dazu noch eine kleine Info am Rande. Ich werde jetzt zukünftig auch in der Telegram-Gruppe deutlich, deutlich mehr Setups reinposten. Also der Austausch wird immer mehr, sage ich mal. Also kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr daran Interesse habt, einfach mehr Setups, noch mehr Posting, sage ich mal, von mir zu bekommen. Gerne in die Telegram-Gruppe oder in die Chart-Analyse-Gruppe, wo nochmal alles primär zusammengefasst ist. Dann schauen wir uns mal noch ganz kurz Polkadot an. Polkadot wurde mein Entry ausgestoppt. Also momentan befinden wir uns genau wieder da, wo mein Entry ist, aber wurde ausgestoppt, nachdem auch hier Take Profit 1 ausgelöst wurde. Ich werde wahrscheinlich nochmal versuchen, hier bei den 6,78$ nochmal so einen kleinen Short zu machen. Hat den Aspekt letztes hoch hier drüben. Sehr, sehr viel Volumen hier drüben. Aber da muss ich jetzt wirklich gucken, wie sich der Markt verhält. Im Endeffekt, ich mache ungern Positionen an einem Wochenende auf. Aber momentan, wie gesagt, ist mir der Markt einfach noch ein bisschen zu überhitzt. Ja einfach, wir holen uns immer wieder diese Stop-Losses, die hier drüber liegen. Das Volumen nimmt deutlich ab. Wir haben eine Bearish Divergence, das kommt alles dazu. Und das deutet für mich jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass wir nächste Woche exponentiell nach oben hinbrechen. Aber das schauen wir uns dann alles, wie gesagt, sperren wir nochmal einen Wochenausblick an. Nächste Ineffizienz liegt hier oben bei ungefähr 7,47$. Das wäre natürlich nochmal ein krasser Pump. Aber schauen wir erstmal jetzt, wie sich die nächsten Stunden verhalten. Gut, dann, was wurde sich noch gewünscht? Was muss ich noch genau? Cardano wollte ich nochmal drauf eingehen. Hier will ich mal ganz kurz auf den Weekly-Timeframe eingehen, weil es gestern Felix von Faltrate in der Gruppe gepostet hat. Dafür muss ich aber den Chart umstellen, und zwar auf logarithmisch. Und da sieht man das ganz gut. Auch hier bei Cardano haben wir ein riesiges Falling-Redge. Also Props gehen raus an Felix von Faltrate, der auch in der Gruppe ist. Ja, im Endeffekt ein Musterbeispiel für ein Falling-Redge bei Cardano mit einem Preisstil dann natürlich All-Time-High irgendwann mal. Also momentan hier weiterhin Konsolidierung. Schöner Pump bisher. Volumen nimmt etwas zu. Wir sind hier auf dem Binance-Chart. Nehme ich hier eigentlich momentan viel, viel gerne als irgendwelche anderen Timeframes. Nur beim letzten Mal hat der Binance-Chart ein bisschen verkackt. Aber hier sieht es ganz gut aus. Also auf dem Weekly-Timeframe. Schönes, bullisches Breakout, was uns hier erwarten könnte. Auf den kleineren Timeframes kommt immer mal wieder dieser Volumen-Vorstoß. Und das ist zum Beispiel so ein Bereich, den ich momentan nicht shorten würde. Da liegt zu viel Volumen, da liegen zu viele Stop-Losses. Wichtiger wäre es mir dann auf den kleineren Timeframes, so 15 Minuten, 1 Stunde, dass wir hier nochmal so eine Konsolidierung sehen. Und dann möglicherweise nochmal einen Breakdown nach unten hinkriegen. Ansonsten Trend ist intakt. Bearish Divergence liegt hier vor. Volumen spricht aber noch eindeutig gegen den Dump momentan. 4 Stunden Bearish Divergence. Und ansonsten müssen wir hier abwarten. Also momentan ist hier keine Short-Position geplant. Ich werde hier aber nochmal dann ein Zeichen in der Gruppe auf jeden Fall geben. Sollte ich hier möglicherweise nochmal reinkommen. Gut, das war es jetzt von meiner Seite. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoins habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten schaut euch gerne das Altcoin-Update-Video an. Wer es noch nicht gemacht hat, schaut euch das gerne an. Da ist nochmal alles wirklich ausführlich zusammengefasst. Auch welche möglichen Entries ich dann in nächster Zeit sehe. Gut, dann noch zu den News. Was passiert mit deinem Bitcoin, wenn du stirbst? Gute Frage. Hoffentlich auf ein Cold Wallet. Und ihr habt wenigstens eurem engsten Vertrauten gesagt. Der oder euren Kindern, keine Ahnung. Der was davon dann hat. Gut, jetzt aber würde ich sagen, sehen wir uns dann heute Nachmittag, denke ich wieder. Wenn ich den Wochenausblick hochlad. Freue ich mich drauf. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Lasst einen Kommentar unten für den Algo. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntagmorgen. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.